Guten Morgen! Wir sind heute vor Morgengrauen dran, deswegen mit Laterne, weil ich früh nach Frankfurt muss. Aber die Laterne brennt heute auch zur Erinnerung. Die Nacht vom 13. auf den 14. November vor fünf Jahren war schrecklich. Da zogen dschihadistische Attentäter durch Paris und ermordeten 130 Menschen am Stade de France, am Musikclub Bataclan, in den Straßencafés und Lokalen. Fünf Jahre sind keine lange Zeit für die, die um die Angehörigen trauern. Mir geht es so, wenn ich trauere, dann brauche ich jedes Zeichen der Liebe und darum heute Morgen eine Chanson der Liebe. Alles Liebe. Alles Liebe auch für die Geburtstagskinder für dich heute, liebe Gabi. Seid behütet und ich zeige euch die Richtung, in der die Sonne aufgehen wird. Alles Liebe. Alles Liebe. Alles Liebe.